Musik Wir begrüßen euch recht herzlich von der Hansdorfener Fußballschule. Wir hoffen, dass wir jetzt zwei spannende Tage mit euch zusammen hier haben. Und zunächst wollen wir uns mal bedanken bei der Marina mit ihrem Team, die das Ganze möglich gemacht hat. Wir vier werden euch also jetzt die zwei Tage ein bisschen beschäftigen draußen am Platz. Musik Hallo, Servus. Ich bin Andreas Schwarz. Ich bin hier in Strasslach mit meiner Praxis. Wie ihr wisst, haben wir viele Sportler aus den verschiedenen Bereichen. Unter anderem betreuen wir natürlich auch den Jamal. Wir haben keine Geheimnisse. Jamal hat gesagt, sagt ihnen alles. Ihr könnt fragen, was ihr wollt zum Essen. Und deswegen wünschen wir euch ein cooles Turnier. Fair Play und Respekt im Alltag und im Umgang mit den anderen. Viel Spaß. Haut's rein. Und jetzt alle raus und frühstücken. Musik Oh, hey! Bevor wir jetzt zur Siegerung kommen, möchten wir mal erst ein bisschen Danke sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.